Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Ori and the Blind Forest. Wir gehen heute zu dieser Höhle bzw. zu diesem Berg hoch, weil wir den Eintrittsstein gefunden haben. Und deshalb machen wir uns gerade auf den Weg dorthin und sind in der letzten Folge noch ein bisschen stecken geblieben sozusagen, weil wir ja die neuen Fähigkeiten noch austesten mussten. Die finde ich ja extrem cool. Wo müssen wir? Hier müssen wir abbiegen, aber hier oben waren wir auch noch nie. Wie weit hoch kommt man denn da? Ach, was man so alles findet, wenn man plötzlich mehr Fähigkeiten hat. Ich finde das ja so faszinierend. Kommt man da immer noch ein bisschen weiter? Nee. Gut. Dann wissen wir jetzt, wo wir weiter müssen. Und zwar hier dann. Und du erwischst mich auch nicht. Und die habe ich auch vermisst. Nicht. So, die, die Lava-Kleckse, die sich dann am Ende eigentlich nur verpissen. So, Fetty McFettfett. Und seine Kinder. Dankeschön. Und hier geht's weiter. Lass mich in Ruhe. Ach, hier sind wir. Stimmt. Da konnte man eigentlich relativ gut Punkte sammeln in dieser Ecke. Weil man hier dieses Nashorn immer hier hochballern kann und dann ist kaputt. Finde ich eigentlich echt sinnvoll, wenn man irgendwie so auf eine neue Fähigkeit sparen möchte. Aber dauert eigentlich in dem Spiel immer sehr lange. Oh, lass mich in Ruhe. Lass mich, lass mich, lass mich. Oh, was tut der? Puh, es war eng. Ach, da oben können wir speichern. Gut, da gehen wir hin. Ach, das wollte ich gar nicht. Ich wollte mich da hoch katapultieren. Kaputt. Und speichern. Da braucht man keinen von diesen Zellen da verwenden. So. Und jetzt sind wir schon richtig. Farblich sieht's ja schon ganz akzeptabel aus. Oh. Ja. Ein bisschen unterschätzen darf man, glaube ich, das alles nicht. So. Wir speichern jetzt gleich mal wieder. Weil ich glaube, die gehen uns hier ziemlich auf den Zahn. Wieso konnte ich eigentlich jetzt nicht mehr springen? Okay, ich muss da anders vorgehen. Glaube ich. Lass mich, lass mich hoch. Oh, dankeschön. Oh, ja, 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 ja. Muss ich hier eigentlich hoch überhaupt? Muss ich hier hoch? Muss ich hier hoch? Ich weiß es gar nicht. Muss ich das? Oh, lass mich in Ruhe. Dankeschön. Nee, hätte ich nicht müssen. Toll. Das war voll der Umweg jetzt. Egal. Huch, was fliegt mir da entgegen? Oh. Puh, da dürfen wir jetzt rein. Ähm, oder auch nicht? Doch. Oh, oh. Bin ich da rein? Ja, muss ich. Ach du Scheiße. Wir werden hier drin so drauf gehen. Oh, verdammt. Und das soll gut gehen hier drin. Ach, und die Tür ist schon wieder zu. Ja, toll. Dann gehen wir hier erstmal hoch. Aua, aua. Ach. So was ist das. Ja, toll. Also gehe ich hier sofort immer drauf. Wie jetzt? Wie soll das denn dann funktionieren? Wenn ich hier so... Was? Aua. Ja, aber wie soll das dann klappen? Bis ich hier hochkomme. Aua, 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 aua. Hä? Ich verstehe nicht so ganz... Ach, nach oben vielleicht können wir. Nee, das war doof. Das war sehr doof. Nee, da kommen wir eigentlich auch nicht wirklich hin. Oder? Ich will es noch einmal probieren. Einmal noch. So, so, so. Ah. Komm schon, irgendwie muss man da doch hochkommen. Aua. 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 Hä? Ich verstehe es nicht so ganz. Ja, komm, dann töte mich doch. Töte mich, wenn dann ganz. Danke. Hm. Hin und wieder kann man draufstehen und hin und wieder nicht, oder was? Ich verstehe es nicht so ganz, aber gut. Aua. Wo kommen die alle her? Da kommen wir auch nicht durch. So, jetzt ist mir gerade so ein bisschen ein Rätsel, wie wir hier weiterkommen sollten. Aua. Ja, wenn ich nicht so lange drauf rumstehe, dann sterbe ich. Ich habe es kapiert. Hm. Leute? Ja. 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 Okay, das bringt gar nichts. Okay, das bringt gar nichts. Oh, lass mich. Oh, lass mich. Oh, lass mich doch hier hoch. Ich bin nur irgendwie unfähig dafür. Aua. Ja. Es war natürlich jetzt suboptimal, aber okay. Oh, was habe ich denn da gemacht? Oh, was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Was tue ich? Was mache ich? Was tue ich? Was tut... Ach du Scheiße. Was tut er? Wo muss ich denn überhaupt hin? Wo muss ich hin? Kann ich hier speichern? Aua, 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 aua. Gib mir bitte Feuerbilder. Dankeschön. Ach du Scheiße. Was macht das Spiel hier? Und wo muss ich hin? Ach du Scheiße. Hier ist ja überall nur... Kann ich hier weiter... Nein, kann ich nicht. Natürlich nicht. Da war ein Labersee. Aua, aua. Ich glaube, wir werden hier heute noch ein bisschen verweilen. Wie habe ich es denn jetzt hier wieder hoch geschafft? Ich bin da irgendwie... Tollpatschig, was das angeht, glaube ich. So, lass mich hier durch. Lass mich doch bitte einfach nur durch. Nein, ich war... Ich war oben. Ich war oben. Ich war oben. Ich war oben. Oh. So. Dann... Gehen wir mal hier weiter. Und... So und... So. Und dann gehen wir... Da hoch. Ach du Scheiße. Wir werden hier noch länger brauchen. Bitte kann ich hier speichern? Oh, dankeschön. Wo bin ich? Wo muss ich hin? Kann das nicht irgendwann... Kann ich hier vielleicht drüber? Ne, da ist ein Labersee wieder. Oh, verdammt. Gut, gut, dass ich gespeichert habe. Dann hier weiter hoch. Ne, nicht dein Ernst, oder? Och, du Heiliger. Nein, nein. Oh, das war falsch. Komm, gib mir noch mal so eine Kugel hier, du schieße Ding. Danke. Oh, bitte. Ich will doch nur... Hier hoch. Ist das wirklich so kompliziert, hier hochzukommen? Komm, gib mir eine Kugel, bitte. Danke. Und gleich noch eine. Oh. Ich hasse und liebe dieses Spiel zur gleichen Zeit. Wie kann das sein? Ernsthaft? Komm, jetzt... Lass mich hier wieder hoch. Ich renne hier den Weg nicht nochmal. Der... Ist mir kompliziert genug. Oh, wie? Bitte, bitte, bitte. Oh, bitte. Oh, bitte, bitte. Nein. Jetzt stirbt das Tier. Ich kann mich ja von hier oben natürlich auch hochkatapultieren. Oh, Mennu. Man muss auch erstmal draufkommen auf alles. Und richtig schlanden. Verdammt. Oh, lass mich. Danke. Oh, ich will hier eigentlich speichern und dann nie wieder weiter. Oh, nein, 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 nein. Ach, du heilige Scheiße. Wie soll das was werden? Oh, Mama. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Bitte. Lass mich alle leben. Oh, lass mich leben, lass mich leben, lass mich leben. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Lass mich hier in Ruhe. Was? Ich will aber... Ich will hier aber speichern. Nein. Nicht dein Ernst, oder? Oh, komm schon. Ernsthaft. So. Jetzt kommen wir hier wenigstens mal. Okay, 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 so. Ach, du Scheiße. Lass mich doch... Au, au, au. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Dann gehen wir hier weiter eben. Wenn wir da hinten nicht dürfen. Oh. Oh, was ist das? Ich will speichern. Oh, mein Herz. Oh, Hilfe. Oh, nö, oder? Ist ja kein Stück besser hier. Okay, hier komme ich nirgends weiter. Was, um Gottes Namen, ist das? Und was tut es? Okay. Ups. Ähm. Okay. Ja, wenn wir... Hier runter. Wie? Nee, oder? Das kann doch nicht deren Ernst sein, dass man hier runter muss. Ach, du. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und wie? Ach. So. Okay. Okay, okay, okay. Ach, da... Ups. Wie soll das denn funktionieren? Ich dachte, ich kann mich da jetzt draufstellen dann. Währenddessen ich das umschalte. Dass ich hier so ganz gechillt rumfahren kann. Ich glaube, dem ist es nie so. Hm. Nee, der ist viel zu schnell. Wie soll das denn funktionieren? Also, ich glaube, ich bin da ein bisschen zu doof für. Hm. Und wie soll ich denn da sonst hier so rüberkommen? Ähm. Ach, ich komme doch so durch. Okay, komm, ich... War aber sinnlos. Ich muss doch dann... ...irgendwo abspringen, um da hochzukommen. Und dann... ...glaub ich zumindest. ...hoffe ich mal. So. Dann hier mal hoch. Dann speichern. Dann schieben wir das Ding rüber. Aber wie sollen wir da hochkommen? Das ist mir jetzt noch ein Rätsel. Wir könnten jetzt so... ...hier so rüber. Aber das kriegen wir doch niemals hin. Nee. Das funktioniert nicht so. Hm. So, warte, das probieren wir jetzt nochmal. Indem wir dann... Und so. Das hilft... Ah, vielleicht doch. Vielleicht schon. Und zwar... ...wenn man genau jetzt hier nach oben schießen würde... ...bem Umgekehrten... ...dann fällt man doof. Aber ich hätte mich jetzt... ...hier hoch... ...katapultieren können, aber das... Hm. So, irgendwie steige ich hier noch nicht so ganz durch bei dem Rätsel. Muss ich ehrlich gestehen. So. Jetzt holen wir das Ding nochmal rüber. Irgendwas muss es ja da zu tun haben. Hm. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Vielleicht komme ich ja diesmal irgendwo an. Nein, das war doof. Das war doof. Das war dumm. So. Ich will wieder hier rüber. Und zwar will ich versuchen, genau jetzt mich dann hochzuschießen. Natürlich kommt da vorher der Feuerstrahl. Natürlich kommt der. Oh, Leute, Leute, Leute. Und wenn der dann zurückfährt, dann stehe ich oben. Könnte mich doch jetzt hoch... ...und dann da oben stehen. Ist das möglich? Oder bin ich einfach nur irgendwie... ...zu tollpatschig, dass ich es wieder nicht hinkriege... ...und es eigentlich schon möglich ist? Oder ist es einfach nicht möglich... ...und ich denke mir gerade nur komische Dinge dabei aus? Oh, lass mich. Lass mich, lass mich, lass mich. Lass mich in Ruhe. Wie? Ach, wo bin ich denn jetzt? Ich bin eins höher, oder wie? Bin ich jetzt beim selben wieder? Hä? Ja, bin ich. Wie jetzt aber? Hä? Ne, ich bin einen Stock höher. Ach, hier muss ich wahrscheinlich weiter. So, so hoch und so. Und dann... Ach! Okay. Jetzt hört der Laberfluss auf. Ach, der hört jetzt überall auf. Ach! Okay, ja, das... ...das... ...das hilft. Lass mich da in Ruhe, du dummes Pflanzending. Und ich spring hier jetzt wieder zurück. Genau. Ich glaube... Jetzt müssten wir da hinten doch auch besser vorankommen. Aber das, meine Freunde, sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Ciao! 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 Ciao!